Als wir jung waren, hat Zeit keine Rolle gespielt. Wir wussten, wir würden zusammen uralt werden. Anna! Sterben war was für andere. Sprechen wir mit Menschen, die sich ihren Traum nach einem außergewöhnlichen Leben erfüllt haben. Dank Menzana habe ich die Chance nochmal von vorn anzufangen. Ich versichere Ihnen, Sie werden begeistert sein. Ist sie nicht makellos, Frau Goldberg? Nach dem Transfer nehmen Sie und Ihr Mann jeden Abend diesen Wirkstoff. Damit sind Sie Herrscher über Ihren neuen Körper. Nur nachts werden Ihre Wirter aufwachen für etwa vier Stunden. Glaubst du wirklich, dass Menschen sich freiwillig auf sowas wie das einlassen? Komm zu mir. Aufregend. Ich kann das nicht. Ich habe geträumt, ich bin Hermann. Du warst mir auf Hermann! Du musst mir vertrauen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Körper wieder dir gehört. Du bist... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR GmbH im Auftrag des WDR